Oh Leute, ich hasse es, wenn es so heiß wird. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Tom und Hella. Hella und Tom, Ladies first. Was machen wir heute, Hella? Wir machen heute ein super cooles Video und zwar die Nicht-Lach-Challenge. War der lustig, Hella. Jeder von uns hat 30 Sekunden Zeit, den anderen zum Lachen zu bringen. Und wenn dieser in diesem Zeitraum gelacht hat, was passiert dann? Dann muss man, wie man sieht, haben wir uns nicht so viel angezogen. Denn jedes Mal, wenn man gelacht hat, muss man ein weiteres Klamottenteil anziehen. Dafür haben wir diese wunderschöne Box, die hat Hella schön vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was hier auf den Zetteln genau draufsteht. Aber wahrscheinlich irgendwie so T-Shirt, Pullover, irgendwelche Klamottenteile, die man dann anziehen muss. Und das machen wir so lange, bis einem zu heiß wird. Und der Verlierer muss dann, darf dann zur Abkühlung eigentlich sogar, draußen in den Planschbecken oder Pool oder was auch immer das sein soll, mit den ganzen Klamotten springen. Es ist eigentlich gar nicht so warm draußen heute, deswegen ist es keine Belohnung. Vor allem mit den ganzen Klamotten, die dann komplett nass sind, darf er dann da reinspringen und muss 10 Sekunden im Wasser bleiben. Ich glaube, das ist richtig witzig, vor allen Dingen für mich, weil ich sehe mich heute vorne bei dieser Challenge. Ich habe ein bisschen Angst, weil das Problem ist halt auch bei mir, ich lache halt über deine richtig unwitzigen Witze immer. Und selbst, weiß ich auch nicht, bin ich glaube ich nicht so lustig. Wir hatten auf jeden Fall gerade jeder 10 Minuten Zeit, uns vorzubereiten. Wir haben uns einfach spontan Sachen überlegt. Wir haben jeder eine kleine Tüte gepackt mit so ein paar Sachen. Und ich würde sagen, du darfst anfangen mit dem ersten 30 Sekunden. Komm, das auf die Vorbereitung ist so bescheuert. Auf die Plätze, fertig, los. Der Teile ist abgelaufen. Als wenn, ich war doch gar nicht fertig. Tja, du kannst ja die nächsten 30 Sekunden weitermachen. Ach was, Leute, das ist ja so schlecht. Noch eine kurze Regeländerung, würde ich sagen, man darf den anderen nicht berühren, weil sonst könnte man den ja auch durchkitzeln. Und das zählt, glaube ich, nicht. Ja, Kitzeln darf man nicht. Kitzeln darf man nicht. Oh, Leute, ach man. Ich weiß auch nicht, worauf du damit hinausweist. Also Handschuhe anziehen, das wäre ganz komisch. Auf die Plätze, fertig, los. Ich dachte, wir fangen einfach mal an, ganz simpel, mit einer Witze-Stunde. Ich lese jetzt die Witze vor und du lachst. Was ist gefährlich? Niesen bei Durchfall. Verloren. Ein einziger Witz hat gereicht. Du bist einfach so... Ja, ich wusste auch nicht, das war spontan. Du hast es mit eingebaut? Ja. Oh, Mann, jetzt muss ich hier so ein Teil ziehen. Ja. Oh, Mann, Leute, das ist richtig unfair. Ich möchte sowas nicht mehr mit dir machen. Meins war voll witzig. Pullover. Oh, sehr schön, fängt direkt gut an. Der erste Pullover, direkt am Anfang, ist bereit für Runde 2. Ich glaube, es wird auch immer anstrengender, Witze zu erzählen und so, wenn einem so richtig heiß irgendwann wird. Geh schon mal wieder die Handschuhe an. Auf die Pätze, fertig, los. Ist das ein Rollenspiel oder so? Ich dachte, du gehst... Ihhh, Ella, okay, ich hab verloren. Ihhh. Mir ist halt nichts eingefallen, oder? Dann dachte ich mir so, ich kann. Wie kommt man darauf, sich solche Handschuhe anzuziehen, um dann Sojasauce zu trinken? Ich hab jetzt auch eingezogen. T-Shirt. Okay, ich muss ein weiteres T-Shirt anziehen, ich misch die wieder durch. Ich wollte dir halt heute einen vom Pferd erzählen. Und deswegen erzähle ich dir jetzt erstmal einen vom Pferd. Da haben wir Pferde mit Pferd in Salon und sagt, ey, mein Pony ist weg. Nee, das geht einfach. Ich weiß nicht wieder, was geht. Was? Was ist mein Bestes? Wieso hast du noch nicht gelacht? Das war doch nicht schlecht. Das war das Beste, was ich hatte. Gleichstand. Ab nächster Runde zieht man auch, wenn der andere nicht lacht, wenn du es nicht geschafft hast, dann musst du dir auch ein Klamotenteil anziehen. Weil sonst sitzen wir ja noch morgen. 3, 2, 1. Oh Mann, jetzt habe ich gar nichts mehr. Wir machen jetzt Lach-Yoga. Und mit dem Baum-Tatzen blalalala. Denk jetzt nicht an diese Frau, die das immer war. Oh Mann. Jetzt brauche ich eine Hut- oder eine Kopfbedeckung. Oh, das ist ja easy. Du darfst nicht meine Sachen anziehen. Hat selber nichts an mir was. Weiter geht's. 3, 2, 1. Heute, ich habe dir ein selbst gemaltes Bild mitgebracht. Von dir. Ja, du bist halt eine Witzfigur. Ich erschrecken jetzt. Das könnte gruselig sein. Das ist ein Spiegel. Du willst lachen, Mann. Nein. Das war gelacht. Nein, nein, was nicht. Mann. Ich dachte, wenn du dich selber im Spiegel siehst, dann musst du lachen. Das ist heute nicht. Okay, du ziehst jeder einen Teil. Weil ein bisschen gelacht hast du. Nein, nein. Sass. Okay, dann ziehen wir einen Teil. T-Shirt. T-Shirt. Okay, bereite dich vor auf deine nächste Session. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Das ist gefährlich. Nies mal drückt. Jetzt habe ich doch schon drüber reden. Ja, das ist ein. Ich dachte, du lachst einfach am meisten über deine eigenen Witze. Ah, fuck, Mann. Du hast jetzt mein Gerät, was ich eigentlich vorbereitet habe. Ja. Hut-Kopfbedeckung. Ich habe leider keine bessere Hut- oder Kopfbedeckung gefunden. Aber ich glaube, das findest du lustig, oder? Zu zweit mit sich. Okay, 3, 2, 1. Da du eben nicht über deinen Anblick gelacht hast, habe ich nochmal ein Kinderfoto von dir rausgesucht. Das fand ich schon sehr amüsant. Ich weiß nicht, ob du dich überwieder erkennst, aber das bist du als Zweijährige. Mann, lach doch mal! Jetzt, du hast das Lachen halt aufgewacht. Ja, ja. Ich bin nicht so gut im Improvisieren. Okay, ich muss wieder einziehen. Pullover. So, Pullover ist an. Ich glaube, ich lasse das hier jetzt einfach als Kopfbedeckung. Ob ich eine Unterhose oder das auf dem Kopf habe. Okay, 3, 2, 1. An einem eiskalten Wintertag sitzt ein Angler mit dicken Backen am See. Ein Spaziergänger kommt vorbei und fragt, ob er Zahnschmerzen habe. Nein, aber irgendwie muss sich die Würmer ja auftauchen. Das war das Schlechteste. Ein Spaziergänger erblickt den Angler, bleibt stehen und schaut ihm minutenlang zu. Verkackt. Verkackt, Hannah. Ach, was? Komm, mir ist auch nichts mehr eingefallen, was ich machen kann. Das habe ich einfach Angler verzeigen. Wie gerade witzig waren. Pullover. Oh, yes. Warum ziehe ich die ganze Zeit Pullover? Du hast jetzt einmal Pullover. Das ist das zweite Mal jetzt. 3, 2, 1. Heute machen wir Witzestunde mit Onkel Stein. Also, erster Witz. Ein Spaziergänger erblickt einen Angler, bleibt stehen und schaut ihm minutenlang zu, kopfschüttelt und meint... Ah, nee, das war der Falsche. Ah, hier. An einem eiskalten Wintertag sitzt ein Angler mit dicken Backen am See. Ein Spaziergänger kommt vorbei und fragt, ob er Zahnschmerzen habe. Nein? Aber irgendwie muss ich die Würmer ja auftagen. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein, Mann. Ich habe selber eben über meinen eigenen Witz gelacht und du nicht. Pullover. Nein. Oh, Leute, ich hasse es, wenn es so heiß wird. 3, 2, 1. Go. Ich dachte, du erzählst einen Witz und dann guckst du mich einfach nur an. Mann. Socken. Ich glaube, sie macht das jetzt jede Runde. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war das Problem. Jetzt rechne ich damit. Jetzt passiert mir das nicht nochmal. 3, 2, 1. Hallo, ich bin der kleine Tom. Ich bin ein Jahr alt. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte von meinem ersten Kuscheltier. Es war nicht das. Das ist mein zweites Kuscheltier. Das heißt Bär. Sondern es ist das hier. Das ist echt mein erstes Kuscheltier, Leute. Ich kann dir gleich mal die Geschichte erzählen, wie ich den bekommen habe. Du hast einen riesen Zettel ziehen. Ja. Socken. Jetzt habe ich schon wieder das gleiche gezogen. Hä? Oh, mir wird echt schon so warm. Jetzt auch schon richtig heiß. Das glaubt man nicht. Ich sitze hier noch in kurzer Hose, aber es ist schlimm hier oben rum. Ja, mich auch, ne? 3, 2, 1. Neulich, ne? Da habe ich mir einfach wirklich meine ganzen alten Kinderfotos angeschaut. Und ich habe einen von Weltfamilien gefunden. Als Anja gewonnen. Mann! Ich dachte, ich schaffe es nicht zu machen, wirklich. Als er es gesehen hat, dachte ich so, nein, das kann nicht sein. Ich dachte eher schon, jetzt ist hier den gleichen Witz und such ein Witz über mich raus. Leute, das ist halt so schlecht. Vor allen Dingen habe ich gesagt, nicht, das bist du, sondern das bin ich. T-Shirt. Mann, ey, ich will nicht, dass meine ganzen Sachen anders werden. Ich kann das halt nicht so lange. Ich hasse es, wenn es so heiß ist. 1, 2, 3. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte über meinen Frosch weiter, okay? Weißt du, wie der heißt? Frog Zapo. Frog ist Englisch, heißt Frosch. Und Zapo ist Spanisch, heißt Kröte. Froschkröte. Könnt ihr im Theater mitspielen, oder? Es reicht halt leider. Ja, es klappt halt jedes Mal. Ich glaube, ich erzähle die ganze Zeit einfach noch Geschichten über meinen Frosch. Gut Kopfbedecke schon wieder. Ja, los. Du kannst einfach die Dingsens aufsetzen. Das geht los in 3. Warte. Warte, warte, ich habe was. Mir ist so heiß. Mir auch. Es ist wirklich schlimm. Wir hätten das draußen drehen sollen, das ist kälter. 3, 2, 1, go. Okay, Tom, ich zeige dir jetzt etwas. Das siehst du dann einfach auf meinem Handy. Und du kannst mir dann einfach mal dazu sagen, was du dazu sagen kannst. Ah, nee, warte. Ah, ich habe mich vertan. Hier, da gehörst du hin. Oh, Mann. Das hätte ich gelassen, als ich bei sowas lache, ehrlich gesagt. Ohne Scheiß, das war eine gute Idee. Snapchat-Filter einfach benutzen. Ich mache weiter. Achso, du musst noch was ziehen hier. Hast du es vergessen? Pullover. Ja. Es reicht, also. Oh, es ist so warm. Also, warte, jetzt kommt der Seimer. Es reicht langsam mit dem komischen Frosch. 3, 2, 1. Und dann eines Tages habe ich dem Frosch sein wahres Gesicht gezeigt. Er dachte, er wäre mein bester Freund. Dann hat er in den Spiegel geschaut und aufgeschrien. Ah! Er hat sich selber erkannt. Und dann hat er die Brille aufgesetzt. Und gesehen. Oh mein Gott. Das ist so viel. Keine Ahnung, was ich hier labere, ehrlich gesagt. Mann! Das war so richtig witzig für diese Brille, die der Frauenstand aufhatte. Okay, Leute. Ich glaube, es gibt eh keiner von uns auf. Deswegen werden wir jetzt einfach 30 Sekunden lang uns gegenseitig versuchen, zum Lachen zu bringen. Und wenn man über seine eigenen Witze lacht, hat man selber Schuld. Denn wer als erstes lacht, hat verloren. Nicht 30 Sekunden, sondern egal wie lange. Und wir müssen uns dabei angucken. Wir dürfen nicht weggucken. Also man muss sich die ganze Zeit angucken. Und ich würde sagen, top. Die Wette gilt. Sojasauce? Wir dürfen auch reden. Da fällt mir gerade auf. Aha. Schmeckt's? Schmeckt's? Du machst dich gerade richtig zum Affen. Sagt der jeden Ingele mit der Brille im Fallschirm. Kennst du schon den Witz? Sitzt ein Angler am Wasser, kommt eine Frau vorbei. Was haben sie denn so dick gebacken? Dacht der Angler. Ja, irgendwie muss ich die Würmer hier auftauchen. Sie hat immer ihren eigenen Witz gelacht. Was macht das auf? Ich wollte ein Furzgeräusch machen. Das geht weg. Lass doch noch nicht. Nein, du musst in den Pool. Ja, wir haben einen Verlierer. Oh, ich will nicht, Tom. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig kalt. Ja, na klar. Das ist halt die Strafe. Das war ja so dumm. Oh, ich will doch jetzt nicht in den Pool. Zehn Sekunden musst du da drin bleiben. Zehn Sekunden, Ella. Das zählt nicht. Scheiße. Ich würde sagen, die Klamotten kannst du draußen ausziehen. Du darfst auch eben das Video beenden. Ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.